So, hallihollo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatorre und zusammen mit dem Panos, der hoffentlich gleich hier rauskommt, spielen wir GTA Online. Ah, da kommt er ja schon. Er gibt noch Garage Door auf, warte kurz, 2-3 Minuten und dann komm ich raus. Ja genau, hübsche Karre ey. Ja, würde ich mal sagen, du gefällt es mir, ja? Schau, ob du mir nachkommst. Weil wir hatten ja etwas vor. Boah, Karre Bob stehe, Nachschlag dran hängen. Du das unbedingt machen willst, du Affenkopf? Gerne. Dann fahr ich dir nach, ja? Alter, da der Karre ist nicht lahm. Kein super Trott war jetzt, warte, 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 warte. Oh! Mein Motorrad geselt sich zu tun. Ja, stell dich halt auf mein Motorrad hier, ey. Alter. Ich folge dir, ja? Alter. Oh, okay. Nicht! Mach dir nur Beschleunigungslöcker. Höre Eirotunami. Genau. Für bessere Kurvenlage. Na komm, Gas geben. Panos. Setze ich dich einfach unter Druck, oder wie? Ja, ja, ein bisschen. Nee, telefonieren beim Fahren tun wir nicht. Bei mir hat gerade Dom angerufen. Oh! Voll die Laterne geküsst. Hast einen fetten Schmachs auf den Mund gegeben. Oh, ja. Oh, ja. Umgegen. Also, ich stehe halt über die Frau da vorn. Alter, ich hab fast kein Leben mehr, pass auf. Alter, ich muss das Teil noch unter den Türen. Ja, leg mir halt Laternen in den Weg. Recht hast du. Ja, hm. Wo schau schon mal meine Achse hin? Richtig lecker, ich seh mal. Alter, du hast Fahrfeeling hier, ey. Alter, lernt fahren. Panos macht nicht wieder die gleiche Scheiße wie das letzte Mal, bitte. Nee, der macht immer eine andere Scheiße, ja. Die Strecke kennen wir ja schon. Da haben wir schon interessante Sachen überlebt. Okay, lass jetzt hier und jetzt pressen, man da Ampel. Wo ist ne Ampel? Ja, hier, wo steh? Hahahaha. Das ist ein spontanes Bett. So, alle Spiele erreichen beide. Na Wegpunkt, okay? So, Gewinn sind wir. Gube. So, und nimm mal an. Gerne. Warte, Gewinn-Summe. Ah, da kann man nicht wetten. Ja, gestern. Glaubst du wirklich, dass du gewinnst? Du hast Glück, dass ich nix bei Ihnen war. Ja. Ja, deine Karre ist halt um einiges schneller. Also mal mit meinem Fahrerskill wieder weg. Damit meine ich nicht den Skill. Wenn die Fahrer schon eher greifen, wenn ich den Kick drauf bin. Sch, 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 sch. Bei ihrem Mast. Miau. Bye! Ja. Gibt's Kohle zu gewinnen? Glaubst du, du bremsig? Ja, ich muss daneben das Motorrad suchen. Da hast du wieder Vorteile. Du kannst aber weiterwürgen. Nee, weil es wird bei dem Rennen gehen. Das glaub ich eh. Ja, ich hab' den Motorrad nach 300 PS. Gärt' mich lassen, was ich gesagt? Hey, ja. Davor ist es noch ein Roped. Also, jetzt suchst du euch ein Motorrad, das 299 PS hat, und du kriegst immer noch ein Roped. Genau. Unbedingt. Ja, und der liebe Panos hat ja keine Chance. Genau, weil ich mich getreten habe, wie es jetzt sagt. Passt doch die Junge, ich hab' ich hinten drauf. Oh, ja, ich hab' grad so viel Kohle gewonnen. Oh, ja, wie viel? 200. Nicht mal. Uff! Alter, verbringst du mich hoch. Du Schwein! Hier, du hübsst bei der Kohle. Sterben ist teuer. Das war nicht meine Trophäe, und jetzt hab' ich wieder verder in 200 aufgehoben. Achso. Nein, ich hab' gar nichts gemacht. Achso. Alter, nein, kein Scheiß. Alter, Mama, kein Scheiß! Ich teil' das Geld mit dir, keine Sorge. Alter, Mama, kein Scheiß, ich bin fast tot. Kein Scheiß, ja. Wie kann ich hier noch etwas lustiges machen können? Oder etwa nicht? Doch. Oh, ja. How can I be of service? Sure, who? Okay, and what are you investing in this? Okay, I'll make it happen Oh see, I'll make it even more than a second No 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 no, what is that? We have to look at what one can do here What's up pal! It looks great I am being driven Ja, deswegen hat er sofort dann. Natürlich. Aber ich mach mal mit dich ein bisschen blau. Hm, ich will mal schauen, was man sonst gesagt wird. Dann muss er noch ein paar cooles Wertschätze geben. Kann man irgendwie Kopfgeldjäger auf dich aussetzen? Weißt du, das ist zufällig? Oh, jetzt such nicht da rum, Quatsch, Gruppen, sondern lass was machen. Okay. Oh, ha. Ah, jetzt sind wir gequitter, oder? Noch nicht ganz. Ja, warum nicht? Warte, 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 warte. Ehhh! Danke. Warte, warte. Ah, shit. Alter. Ja, okay, ähm, was machen wir jetzt? Wir wollten eigentlich einen anderen Heli hier haben. Nur wo wir den bekommen, hab ich keine Ahnung. Aber, warte, warte, warte. Ne, ich guck jetzt nicht. Halt, warte, warte, warte. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Weile dich! Ich habe eine Idee, wo wir hinfliegen können. Okay, markier, weil er das bitte nicht fliegen kann. Ich brauche Skills. Siehst du diesen Track da vorne? Den fetten hier? Ja. Na komm. Fahr mit dem und du fliegst da hin. Du weißt, was dieser Motocross-Drecke da, wo man rennen dort fahren kann. Lass du solche zwei Autos klauen und dann damit da rumfahren. Alter. So, wie ein Offroad-Ring, weißt du. Meinst du das? Ja, du fährst ja auch nur so ein Auto, da fahren wir da hin und da fahren wir halt. Aha. Naja, okay, machen wir. Also du bist so politisch, ne? Okay. Also du wirst von oben, nicht von oben. Alter, betreib jetzt nicht mehr. Angst? Ja, das ist... Ich habe jetzt keine Lage. Alles klar! Nur. Genau, den Verdamm ... Scheiße, in Ordnung! Ach, hombre, die Leute geben uns schon voll lawn. Oh ja, ne komm, wir wollten eigentlich was bestimmtes machen. Ja ja, wir wollten Cargobock, glaube ich. Ja, dingo. Da wollen wir jetzt ehrlich in die Militärbasis. Eigentlich nicht, ne? Das war's. Das Fassi, hol dich mal ab, ja? Darfst du nicht trittig fixieren? No. Oh scheiße, da ist die Polizei lieber nicht dahin. Hast du keine Polizei? Ja, da haben wir so eine Brücke. Ich hab die Polizei gerade in die Luft gejagt. Komm, steige ein, beeil dich aber. Stern, oder? Hä? Stimmt, ein Stern. Ähm, einer vielleicht? Ja. Ja. Was sagst du schon wieder? Gar nicht. Hast du einen Punkt gemacht? Was sag ich? Hast du einen Punkt gemacht? Nee. Ach so, warte mal, ich habe ja hier noch den Punkt. Warte mal, ich muss mal kurz mal Punkt wegmachen, sagen wir, falls wir abstürzen, ja? Jetzt zieh hoch. Ja. Warte, ganz schön aggressiv hier. Kannst du einen Punkt bitte am großen Flughafen machen? Ich will da schnell hinfliegen. Einen ganz großen. Einen ganz großen, ja. Gegen mir mit dem Jeppe Check. Bei der halben Füße. Ja, hätte ich auch fast gesagt hier. Spawn. Ich kann doch mal, ja. Darf ich fliegen, diesmal? Nee. Ich bin Pilot. Hey, ich mag doch mal Fliegskills verfolgen. Ja, dann nimm den anderen Heli, ne? Nein, ich mag mal tiefer. Ich mag fliegen. Halt, ich bin sicher gleich tot. Bitte behal' dich. Aber nein, ich bin nicht auf eigener Heli. Heli. Okay, wir treffen uns im Flughafen, ja? Ja, der ist der. Ich glaube, ich bin gestartet und bin ja schon hoch. Na gut, schnell los. Die Sterne los. Okay, komm doch mal wieder. Oh, schnell los. Hm. Geil. Schon in der Luft. Kann ich abschießen? Das kannst du allerdings. Kann ich mal drücken, oder? Du triffst die Entfernung nicht mehr. Weil du schießt noch. Bock geladen? Das kannst du nicht mehr. Hast du die Sterne schon los? Echt gut. Dann nicht. Ja, was ist die los? Ja, ja. So gut wie. Was? Ja. Ich hab' den Heli am Arsch. Ich fange jetzt an vom Bauteil, oder? Ja, okay, jetzt könnte es wieder kritischer werden. Aber nee, ich glaube, ich bin sie los. Da guckt keiner mehr nach. Ja. Ja. Ja, bin sie los. Heli kommt doch fliegen und... Äh, äh, den Messersel, die die los sind. Boah. Alter, was ist der hier für... Ich will Frontungslevel entfernt, warum geht's nicht? Oh, ja. Ich hoffe, ich bin schwindlig hier. Weil ich so gut bin, höre ich lieber mal auf, als ein Schwind wäre. Verdammt. Das wär' ein bisschen unnötig. Ich hab' die Abschütteln. Äh, jetzt leider mal ein Kollege mit dem Enten los. Lauf auf bei ihrer Radar. Doch, die einzige Lösung ist halt drauf. Nein. Komm dich aber nicht wieder abholen. Hä? Komm dich aber dann nicht abholen. Okay. Ja, und... Udo, besser nicht die Abschütteln, oder? Mhm. Oh, jetzt... Jetzt verlieren die mich langsam. Jetzt... Jetzt bin ich nicht mehr in den Radar. Ich werde jetzt landen. Hier in Bro. Ich bin nicht mehr in den Radar, die hab' ich jetzt verloren. Ich bin gelandet. Ich hab' den Vogel... ...rechtzeitig runtergebracht. Da gibt... ...die Darn, da hab's doch. Wird er? Ja, und so sind Flughafen. Die sind auch manchmal der Karte gekommen, ne? Ja, bingo. Und man weiß wo. Ja, vorne, da, weil du hier bist, oder? Ja, genau. Oh, Polizisten kommt hin. Ja, ich hab' den Flughafen rein. Ja, aber ich bin losgeladen. Seh' dich noch nicht, glaub' ich. Du hast den großen Heli, gell? Ja. Der eine, die ladet wieder raus. Alter, mitten auf der Landewahn steht hier was. Das ist ja mal gefährlich. Wo landest du zirka? Keine Ahnung. Fahrer, fährst du, ich glaub' ich müssen. Bin ja schon. Boden. Denk was. Wo sind hier nochmal die Heli, seh? Ja, ich bin grad bei den. Hat an den vorbeigefahren, ne? Und, ist was da? Von Kursa, von... Ja, den, außerhalb, wenn ich vom Bereich gehen muss. Ich hab' mich oder so, was. Klickern, was den... ... kurz weg, aufzuhalten, zu zweitern, dann... ... und neu. Okay. Okay, warte. Nehm' nur kurz den Heli. Kann man bis zum Hangars fliegen und dann wieder zurück. Okay. Eieieiei. Wenn ich jetzt fliegen, voll haupt und fährt mir nur noch schießen, dann habe ich alle Attribute aufgenommen. Krass. Was? Also, so fleißig war ich noch nicht. Ja. Weißt du, oder? Aha. So, ich flieg' wieder hin. Besauberes fliegen, starten und landen und bekommt man mehr Flugzeug. So, ist da einer export? Oder? Nein. Nein. Nach wie vor nicht. Etwa? Nochmal zum Hangars fliegen und zurück. Einen Versuch noch und dann... Lass was anderes machen, weil... Genau. Genau. Bisschen lahm, ne? Okay, ich hab dich ein paar Mal gekillt. Affenkopf. Du bist ein Affenkopf, okay? Affenkopf Panos. Nein, ich spring' schon wieder raus. Ich bin so ein Idiot. Warum sollst du eigentlich Dreieck? Ähm, weil ich Waffe wechseln will. Warte, ich, ich, ich land' dann hole dich ab. Okay. Was für ein Profi. Alter, komm. Du redest von Flug-Skills. Ich, meine einzige Macke ist, dass ich aussteige, ja? So, jetzt flieg' nochmal hin und ansonsten machen wir jetzt was anderes. Ich guck' mal, mach' mal kurz einen Time-Check hier, ja? Ja, wir wären jetzt dann bei 18 Minuten, da geht's ja noch eine kleine Kürt aus. Ich würd' sagen, eine kleine Mission, ja? Gucken wir uns hier die On-Board-Kamera an. Die Job-Liste von Geralt und Lamar. Nee, du hast ja dauernd keine Mission von dir gemacht immer, oder? Okay. Ich glaub' meine Mission bringen ein bisschen mehr als deine scheiß Mission. Ja? Hast du einen von mir gemacht? Okay. Plan' ja mal, damit ich die Flug-Skills bekomm'. Lester hat eine Mission für mich. Ich lade dich ein, ja? Wir spielen zweiter auf schwer, ja? Mal wieder Munition hier kaufen, ja? Da passen knapp 1000 Stück, glaub' ich, rein. Ne, mehr als 1000, ey. Krass. Oh ja, ich muss für meine Sturmgewehre und Karabiner auch noch kaufen, ich hab' gar keine Muni für die. Alter, wie, wozu braucht man bitte fürs Scharfschützengewehr 1000 Schuss? Ab... Ab... ...220. ...220. Alter, und das... ...damit du nie wieder mehr... ...ding, wie heißt das? So... Ach, gehen wir mal so. Ähm... Ja? Ja... Ich muss mich leider bei den Jungen hier entschuldigen. Aber... Ich werd' dich jetzt leider rauswerfen, weil ich zusammen mit dem Panos hier spielen will. Ach, warte, warte, warte! Warte, erstmal... ...schwörst du Panos mal kaufen und dann erstmal Muni, Muni, Muni. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Gut, hab' Muni gekauft. Alles okay? Ja. Gut, dann starten wir noch eine Mission. 2.000. Frag' mich nicht, woher, aber ich weiß, aber... Also... Okay, egal. Ich bin leider zu langsam beim Lesen und ich denke zu selten daran. Welcher Anhänger? So, jetzt schauen wir gleich mal... Ich hab' 1.300... Wir brauchen einen Helikopter. Ich glaub' die spawnen nie bei Missionen. Äh, ich hab' schon ein paar Mal Helikopter bei Missionen gehabt, aber ich glaub' diese hier... ...schauen schlecht aus. Jetzt nicht, du brauchst einen LKW, sieh' dich in Depots um. Warte, ich hab' was zu mir geschrieben. Jo. Hallo, mich auch. Ich bin draußen eine Ecke für die Sache. Sieh' dich in den Depots und Industriegebiet bei Cypress. Ja, einen LKW werden wir schon finden, oder? Ja. Ich hol' dich gleich mal mit dem Auto ab, ja? Geht klar? Ah, rennst du da vorne hin? Ja, ich war mir mal entgegen. Ah, okay, sehr gut. Alter, ich hol' dich mit dem Prius ab. Schauen wir auf die Umwelt. Weißt du, was wir letztens mit Jakob gemacht haben? Wir haben Prius vollgepimpt, ne? Richtig fette Felgen drauf gemacht, ne? Und so weiter. Und sind wir damit rumgefahren. Yolo, was fliegt denn hier rum? Tret' ich mal um und guck' rauf. Da landet doch nicht, oder? Schade, na ja, steig' ein. Warte, warte, ich will eine Kleinigkeit noch kurz davor machen. Ups, warte, 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 hier links ist mein Auto, hier links, guck, hier links, das grüne. Das weiss nicht. Naja, wir können hier leider noch nicht durch. Weil ich, äh, kein eigenes... Ja, wenn's unbedingt da aussteigen willst, halt, er steig' ein. Weißer, wo's hier rausgeht. So, okay. Ups. Wollte gut. Hier hab' ich jetzt die Tür ja verloren. So, für alle, die sterben müssen, für das, dass sie hier rauskommen. Oder ein Flugzeug oder ein Heli suchen müssen, ja? Es gibt hier einen anderen Weg. Jetzt mach' ja gleich hier hin. So ein richtiger Mission Impossible Weg. Da, da hinfahren. Hier kann man wieder durchfahren. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht dran. Ja, ja, ich... Hey! Mein Motorrad steht auch hier jetzt irgendwo. Lass' mein Auto nicht. Cool sein. Alter, willst du mein Motorrad beleidigen? Beleidigen? Da, hast du deine scheiß Karre. Ich nehm' mein Motorrad. Ob du immer hier beleidigen musst. Ich versteh's nicht dran. 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 Okay, wer auf dem Weg geht, den Geld zu sein. Dann kann er den Geld zu sein. Okay. Aber... Wenn er näher ist, ja. Aber... Ah, warte. Ah, ich steh gleich vor vorne. Gut. Durchdreben, Reifen, Regen, Bamba geht's ja. Oh, ja. Oh! Da hab ich... Nee, die Ecke ein bisschen übersehen. Fahr doch nicht falsch, die Wals. Oh, 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 wir... Wir haben versucht, ne? Naja, würde ich mal sagen, bringen wir die mal oben, oder? Warte, warte, warte. Ich, ich hab... Komm, wir... Lass mit Sniper, komm. Beide mit Sniper? Okay. Gehen wir nach hinten. Alter, der fangt jetzt schon an hier. Kümmer du dich um den vorne. Achso, du machst hier hinten, dann mach ich den vorne. Na komm. Weiß dich. Alter. Da rennt alle einfach nicht mit dem Tischluss. Äh, 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 äh. Die verdrinkt, ne? Der vertragte Junge, ne? Alter... Alter! Das ist halt anders. Alter! Ja, die haben's drauf hier, die Jungs. Alter, ich bin auch fast tot. What the? Get down! You're gonna die! 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 Oh, ja, ein bisschen. Hey! Okay, vielleicht wird mich noch ein bisschen realimieren hier. Oh! Ich wurde von der Seite weggenutzt. Zeitlich sind auch welche. Ein Leben haben wir ja, glaube ich, noch, oder? Yay. Jetzt nicht mehr, ne? Lassen Sie es durch mein Auto abzuschießen. Durch mich fressen Sie, Alter. Alter, mit ner Pistole will mich der verarschen. Will mich der verarschen hier. Unbedingt wohl, ne? Alter, jetzt versteckt sich da so gut. Ich hab einen Headshot mit Sniper gegeben und er ist nicht gestorben. Brauchen wir nochmal eine zweite Kugel. Awww. So, willst du bei mir einsteigen? Wir fahren da hin. Alter, da sind doch pur viele. Nein. Wird einer bei mir. Ja, auf den schieß ich gerade. Ey, ich sag's dir, ich zerballe ihn gleich die scheiß Karre hier. Alter, da ist nicht nur mehr einer, da sind viele. Ah, wie viel frisst du auf den du aufschießt? Ja, extrem, gell? Also, zwei Headshot brauchen wir. Oh, ja. Das ist mal wirklich schwer. Oh, da, der Anhänger ist der blau. Okay, wir brauchen noch immer einen LKW, gell? Ich mach mich auf den Weg und leih mir mal dein Motorrad draus, ne? Okay, Achtung, das sind Gegner, das sind Gegner. Wow, die Treffer. Manos, bitte sch... Du suchst jetzt einmal und ich versuche ja die Leute zu erledigen, ne? Ich mach mal die Spellen, ne? Ist er jetzt rot? Ne. Ist auch noch einer. Alter, Alter, bitte bitte. Alter. Treffen tun sie wirklich gut. Oh, ja. Und fressen erst, hey. Alter. Wie viel die auch fressen? Er hat zwei Headshot nicht gesehen. Ne, ich schieß gerade mit nem Sturmgewehr auf sie, ja? Ja, bringt nicht. Versuch auf den Kopf zu ziehen. Ne. Versuch jetzt mal was anderes. Ne, das will nicht klappen. Alter, ich will jetzt nicht bis zum Ende der Welt fahren. LKW zu holen. LKW zu holen. Ne, ich darf mich kennen. Darf mich sterben. Boah. Ah, fang. Malz. Ja. Alter, die treffen auch so scheiß gut. Ja, hab ich mein Auto gelassen. Als Deckel. Ja, ich bin da da vorne. Keiner, da? Auto will er auch nicht jetzt verdienen. Okay, ich geh weiter zurück. Rückzug. Ja, jetzt. Einer ist noch da. Werde ich ja wohl auch noch kriegen. Du weißt, dass wir dann nochmal Besuch kriegen, oder? Ah, wenn wir unterwegs sind? Ja. Das heißt, wir werden... Das erste Mal, ähm, kurz einsteigen. Ich hab einen LKW vor. Woah, da hält das viel aus hier. Alter! Alter! Das hall noch nicht gesehen hier. Komm zu dir zurück, mach. So, Haben. Bitte sag, dass keiner mehr hier ist. Ich... du pforsche hier? Ne, einer ist noch hier. Irgendwo. Irgendwo direkt beim Anhänger, muss wer sein. Ich bin dann weg zu Snap. Finish them all! So, ich bin unterwegs, satt. Alter, Carlos, du wirst dann schauen, wieviel die aushalten, Blitzplayer. Wenn du das anguckst hier, das ist unbeschreiblich. Ja, glaub ich mach nicht die... oder was? Bitte? Glaubst du, ich mach die Mission nicht? Was? Ich musste jemandem zwei Headshots geben. Ja. Ja. Alter, kommt zwei Headshots, ist ja nix. Gegen das, was wir hier machen, ey. Ne, nur wenn du kein lieber 50 in dein Kopf bekommst, ne. Ne, ne. Du kommst jetzt auf den Kopf und stirbt trotzdem. Ne. Klar, denk. Weil ich hab den grad mehrere Magazine reinballern müssen, ja, in den Körper, damit der drauf geht. Das ist wie, weiß ich nicht. Übermensch hier. Wirst du schon in der Nähe? Ne. 1,24 Kilometer. Wir werden genau hier dann warten. Weißt du? Mach dir jetzt hier Platz, ja, und wir werden... Du wirst uns kurz ankoppeln, und dann werden wir gleich wieder aussteigen, ja. Und verteidigen. Das ist, Alter. Weil es darf keiner mehr sterben, weil es uns schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Ich hab mir grad angezeigt, ich soll den Weg fahren, ne. Aber ich nehm' erstmal für die Abkürzung. War 2,2 ist kultig. So ich hier 800 Meter fahren, wenn ich grad hier ist und für die Abkürzung nehmen kann. Alter, bremst, bremst! Hahahaha. Bitte fahr jo langsam, ne, wir gibt's gleich ins Wasser. Bitte weich aus und fahr langsam fahren, also ey, da kann ja keiner hier zuschauen. Doch nicht über mich. Koppel an, und dann steig wieder aus, ja. Fahren du da nicht, Lilo. Ach Gott, sag mal wieder. Ja mein' ich ja, fahr'n du da nicht. Okay, steig' aus. Wir kriegen's und... Ich fahr' dann, ja. Nein, ich mach' fahren. Die Leute wollen ja auch ein bisschen was sehen. Ja, ist genau das gleiche, wenn ich fahr' und du fahrst. Okay, gut, dann fahr' ich eben mit dem Motorrad dann nach, aber jetzt warten wir mal auf die Leute, da kommen sicher gleich einige Idioten. Okay, steig' derweil noch ein, ich sag' dir, wenn sie da sind. Ich glaub' dann... Muss... Ah, die kommen. Sie kommen? Ja. Okay, ich seh' sie. Ich seh', ich stell' mich immer von denen hier hin. Alter, die treffen ja gut. Huffbomb? Alter. Fuck out. Ja, das haben wir mit dem Magazin in die Kopf. Jo. Ist er tot? So, kommen die Gl... Ah, es kommen wieder welche. Hast du den Haftbomb gewerft? Hab' ich leider nicht. Dann ist noch hier, Achtung. So, tot. Also, wir müssen mal da vorbeikommen. Einfach wegrammen. Deswegen lass' lieber mich kurz von Anfang fahren, ja. Ich kann das schon. Ich bin schon großer Junge. Magst du auch probieren? Genau. Weil sonst lerne ich's nie. So. Da kommt schon wieder auf. Ich weiß es nicht genau. Ich hab' die Mission noch nicht gemacht. Wir warten mal... Maximal 5 Fahrzeuge ab, ja. Halt, ich hab' den beim Aussteigen nicht gegeben. Krieg's den weg? Warte, warte. Ja, weg. Ich baller den mal kurz hoch. Warte, ich hab' die Stur... Ja, ich schiess' ja grad drauf damit. Mach' mal die Autos hier alle weg. Ah! Von hinten, von hinten! Von hinten? Jo. Hier! Siehst du mich, den roten Punkt? Bei dir? Ja. So, hab' den Hedge schon verpasst. Noch einer hier? Nein. Warte, ich schiefe weiterhin auf dem Auto, ne? Okay. So, alle weg. Das müssen wir schon... ... an der Aufnahme haben. Das müssen wir so verpasst. Alle draufgegangen, oder wie? Ja. Oh, schön. Okay. Sollen wir's wagen? Ja, komm. Fahr aber hinten, ja. Du musst hier fahren. Warte, ich muss hier fahren. Ja, ich hol' nur ein Bike. Oder dein Auto nehm' ich hier, ja? Ich hoffe, da sind die Reifen nichts erschossen. Hast du schon schussigere Reifen? Ja. Kannst du bitte einstellen, dass ich einstellen steigen kann? Ja, Moment. Nee, geh' noch nicht. Geh' noch nicht. Beide ein... Ach... Warte kurz auf dich. Ah, jetzt geht's. Komm, geht's schon gut ab, oder? Alter, die Karre taugt mir. Darf ich sie mal klonen? Kann man sicher lockieren, oder? Panas. Aha. Warte mal. Das ist kein Supersportwagen. Kein Sportwagen. Wie viel hat der gekostet? Da 10. Wie viel? Da 10 oder so was. Also mehr wie 150.000 Euro. Okay. Na, nicht schlecht. Also, das Auto ist ziemlich gut, aber du brauchst schon so ein 200-sattiges Team. Ja. Geht das bei mir jetzt. Brauchst du dieses Auto? Nee, klonen wir. Ich bleibe einfach jetzt sitzen, wenn du die Mission abgibst. Sollte klappen, oder? Ja. Ich will nicht da und hier sein. Ich will nur dein Heck sehen. Kann man irgendwie durchfahren? Nö. Okay. Das geht ja nicht. Wie in Need for Speed. Das ist leider kein Need for Speed. Ja. Need for Speed, Undercover, das ist richtig geil. Oder Most Wanted. Das alte. Das neue, finde ich, ist irgendwie nicht so gut. Das alte habe ich jetzt viel davon angeguckt und ich hatte mal auf Nintendo DS. Und das war so sch... Hat die Tone geklappt. Ja, auf der Nintendo DS, da verstehe ich es ja noch. Aber... Damals auf der Xbox, auf der alten, ja. Alter, das war richtig geil. Das habe ich gesucht. Auf Spider-Man. Ja, genau. Ja, genau. Ja... Keine Sorge. Ich weich aus, was machst du? Okay, für schon wieder Leute zusammen. Ich habe gesagt, ich war Profi. Hehehe. Oh, ich habe gehofft, dass ich nicht ins Bett bin. Hehehe. Hehehe. Ey, ich bin Profi. So sieht es aus, ey. Okay, halt. Mario war auch scheiße hier, ey. Hehehe. Die Rupe ist geil. Die Rupe ist geil. Ich glaube, das Auto wird violett. Geh mal gefühlt. Alter, ich wollte dich jetzt noch zusammenführen hier. Aber manchmal schafft man es nämlich, dass man denjenigen dann umdringt. Ein falscher. Hey! Zehntausend! Zehntausend! Geile Sache! Oh, level 51! Geil denn? Yo! Leute, das war heute ein Special Let's Play von der doppelten Länge. Also mir hat's gefallen. Panos anscheinend auch. Wenn er jetzt fortsetzen würde, würde ich mich sehr freuen. Sehr sogar. Sehr sogar. Hat's mir gefallen. Ey. Panos, Kills, 0. Tode, 0. RP, 2200. Neonotore, Kills, 15. Tode, 1. Ich hab' 6 Kills. Ah, ja. 6 sind das. Hoppla. Hab' 0 gelesen. Hahaha. Ein falscher. Alter, ich hab' eindeutig mehr gemacht wie du. Bin gefahren. Ich hab' den LK weggesucht. Ey. Ja, da hab' ich vielleicht drei Leute umgebracht, wo du weg warst. Nein. So. Das Letzte, was ich jetzt mache. Wir gehen jetzt noch auf das Auto-Tune. Ja, mit auf... Denken auf da. Hahaha. Mit mit auf. Warte, 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 fahr' mich hier so links. Da ist auch mein Auto. Warte. Ja, ich weiß eben wo. Warte, ich weiß wo. Das rechts? Ja, ich weiß es Panos. Hier steht an meiner Karre auch. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Und da ist es noch weg. Ich hab' schon mal nochmal los. Warte. Äh, komm gleich mal. Okay. Ja, das machen wir jetzt noch schnell. Ja, woh! Ich hab' endlich Tune in Spoiler Nr. 4 freigestalten für die Combat. Wie denn das? Äh, durch die Mission. Nee, wirklich? Ja. Erstmal drauf fahren. Also die Lenkung ist ein bisschen lahm. Guck mal, wo er einschlägt ist, okay? Ja. Ist schon ein Sportfahrwerk drin. Nein. Wow. Das Fahrzeug ist so heiß zum Türen. Willst du bei mir mit einsteigen, wenn ich es weiter sehe? Nein. Na gut, das heißt, das Auto werde ich auch nicht in meine Garage stellen können, nehme ich an, oder? Nein. Dann hast du das Kaufwuchser. Scheiße. Panos, ich breche jetzt mal das letzte Play-Up und dann machen wir ein bisschen Kohle, okay? Nein, falsche Situation. Okay, also dann, bye-bye Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hey. Okay, also der Nick und der Panos. Wir verabschieden sich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.